So, da sind wir wieder. Und wir verstecken uns gerade vor der Polizei. Und das ist ganz schwierig hier. Ganz schwierige Geschichte. Ich habe schon Angst, dass sie uns finden, weil... Wir haben keine Chance. Ich warte eigentlich auf den Zug. Alles klar, die Flucht wird perfekt. Ich meine, wir haben die Sterne schon verloren, aber... Trotzdem kam der Zug im richtigen Augenblick. Hätte die Polizei noch etwas weiter gesucht, wären wir am Arsch. Verstehst du das? Dann wären wir tot. Zum Glück ist das so passiert. Zum Glück sind wir jetzt in Sicherheit. Also... Ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt... hier aussteigen würde und dann müsste ich ja rauslaufen nee 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 das machen wir nicht das machen wir nicht wäre auch toll wenn es Passagier zugegeben das wäre genial so jetzt sind wir in der Freiheit mal umgucken doch da ja erfolgreich von der Polizei abgehauen jetzt können wir theoretisch in Frieden in Freiheit leben so jetzt das können wir weh nicht ja komm ja 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 Aber die Scheibe hab ich nicht kaputt gemacht, mein Freund. Ganz sachte. Oh, ne, ich hab keinen Bock an die Polizei. Nein! Wie schafft man das? Was, ein Aufprall, ey. Das ist... Scheiße. Ja, ui, ja. Wir werden eh gleich sterben, aber ich will nicht im Wasser sterben. Wir schnappen uns das Boot und verpissen uns, wenn wir nicht sterben. Ja, wenn wir nicht sterben. Oh, was ein Tod, ey. What's a dead? What's a dead? Was ein Tötchen. Scheiße. Ah, Schiss. Shit. Komm raus, mein Freund. Leute. Ach, jetzt sind wir ja unten hier am Hafen, ne? Ja. Okay, wir fahren hinten zum Gangangriff. Und dafür nehmen wir uns aber hier diesen Hammer. Scheiße. 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 betet zu Gott oder zu sonst irgendetwas das nicht hier reinkommt bitte zum Glück haben wir nichts dabei was leuchtet also wenn die jetzt hier reinkommen ich garantiere für nix scheiße verpisst also wenn ich jetzt hier rauskommen würde dann passiert zwar nix aber ich würde es realistisch gestalten weil ich kann mir auch nicht einfach rausgehen und dann ich werde mir dann auch festgenommen werden wir warten noch ein bisschen und dann gehen wir zum Gangangriff was ist das für ein Geräusch kommt mir vor wie ein Müllauto oh ist das scheiße so jetzt kann man rausgehen ne noch nicht die sind noch da und Sirene habe ich auch noch auf meinem Joystick TPS gesucht das Fahrzeug ach das geht auch ähm Inventar Axt Aches jetzt nimm mal Brille so Hut es waren bestimmt früher mal in Büroräumen oder sowas es wäre klasse hell wenn wir hier Waffen finden könnten oder so ja die Polende sind weg aber der rote ne der ist nicht weg so jetzt ist es unsere ne darauf habe ich jetzt keine Lust jetzt habe ich gerade kurz wirklich überlegt ok die stehen da am Eingang oh sieht mal scheiße aus das wäre auch besser wenn wir ein Fernglas hätten ne ja ich hätte lieber ein Fernglas dann wäre das nicht so auffällig aber das ist nur einer ne nein ja sauber Kopfschuss wir kommen rein ich sehe gar nichts die Gegend kommt mir irgendwie bekannt vor von Watch Dogs ach so das ah klasse das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, oh, oh, oh. It's over. Grab that son of a bitch. Die. Fire on him. War. Hoppa. Cover. You fucking pussy. Up fire. Sterb, ihr Schweine. Sauber. Wir sind nur einmal gestorben. Das freut mich. Aua. So, ich bedanke mich dann schon mal fürs Zusehen. Oh, da haben wir noch eine Kiste. So, aber jetzt, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis dahin. Ciao.